Wisst ihr welchen Snack ich liebe? Ja genau! Beefy Kalasa! Ja! Aber jetzt hat Beefy einfach Beefy Kalasa, aber in vegan rausgebracht. What? Eigentlich bin ich ja ein Verfechter des egoistischen Fleischkonsums, aber die veganen Dinger musste ich einfach probieren. Die Dinger müssen einfach schmecken. Okay, das Aussehen ist schon mal normal. Ab in die Futterluke, mein Freund. Am, 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 am.